Ich würde jetzt den Raum hier noch machen und dann hier noch die letzten Sachen rein tun, wie das Zeichenboard hier. Also ganz klar, wir haben gesagt, den Trophäenraum machen wir aus Gold. Ja, aber ich will nicht jetzt einen Trophäenraum draus machen. Den machen wir doch nicht hier. Den Trophäenraum machen wir so versteckt. Und plötzlich sind ja die versteckten Türen, die eh jeder kennt. Was ist das da? Achso. Keine Ahnung. Haben wir eigentlich noch etwas hier oder so? Nee. Gar nichts mehr? Nee. Aber ich würde gerne das Board hier noch wegräumen, die Handwerker-Tool, das und die Pixel-Scheiße hier alles. Die Pixel-Scheiße kam mit in den Trophäenraum. Ja, das müssen wir, den Trophäenraum auch mal versteckt. Ich würde das alles hier hin tun, hier unten. Und das wird hier nicht der Trophäenraum. Oder doch, ich weiß nicht. Erstmal bin ich mit den Gold-Fan für so scheiß Goldwände, ey. Hier sind die Rich Money Boys. Ich feiere immer auf die Bibliothek. Ich feiere dieses sehr. Ja. Das ist echt geil. Die Bibliothek-Ecke ist auch okay. Hier baue ich noch mehr nicht, aber ich kann noch direkt schon was machen. Ich mache mal ein paar Fluglichter. Du kannst vollkommen, wenn du willst, ob ich viel machen. Ich rüberköpfe da oben in der Ecke. Bist echt ein... Du kannst vollkommen. Hey, warte mal, hast du ganz viel Eisen verbaut rein? Ne, ich habe hier noch Eisen, auch stimmt. Ne, kein Eisen. Ja, ich habe das ganze Eisen auch noch. Stimmt, ja. Oh, wo haben wir eigentlich die Diamanten? Sollen wir die nicht auch hier unten deponieren? Ah, ich hänge wieder erst. Ich hänge in der Tür fest. Ich hänge in der Tür fest. Du hängst dem Leben fest, ey. Ich muss es testen. Ich muss es testen. Wie das hier ist mit den... Hör, wo sind die anderen Dinger hin? Jaja, klar. Die anderen Dinger waren ja noch nicht. Super, jetzt kann ich hier runter. Ich habe die vier Stück von Dinger gehabt. Hast du noch welche von diesen, ähm, Rail Bumpern? Ja. Ich bräuchte mal einen. Ja, jedes Mal. So, eigentlich zu... Blöde. Zu blöde, zu blöde. Ich finde, wir wissen, wie das jetzt ist, wenn wir nur mehr auf eine Strecke setzen. So... So... Ja, das geht. Das einzige sind die blocken sich manchmal ganz komisch, das kann es aber nicht beeinflussen. Aber es geht also schon mal etwas. Ja, aber das ist auch blöd, wenn du nicht weißt, ob du jetzt beim nächsten Zusammenstoß zurück rützt oder nicht. Ja, das ist ein Schmutz. 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 Blanc Fiber. Bist du? Stor auch. Bist du echt ne Head. Alles nur wegen dieser scheiß Kreatur. Bist du ne Kreatur? Ist denn diese Level? Ja, aber ich wollte die nicht da oben weg, ich wollte die nicht mehr killen. Alter. Ernsthaft. Alter, was du? Jetzt hab ich Scheiße gemacht mit dem Haken. Mann. Ich geh mal ein paar Bäume füllen. Ich brauche Loks. Oh, haltet nachschauen. So. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Oh, ist das Vieh. Mann. 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 Du meinst, wir machen ins Folgenende. Bitte? Du meinst doch, wir machen ins Folgenende. Haha. Machen wir gleich. In einer Stunde. Das ist unser Problem. Das haben wir jedes Mal. Du siehst es als Problem an, nicht als Fähigkeit an. Lass dir das jedes Mal übersehen. Seine Specialibility. Deine Whisper. Das ist alles. Ich gehe jetzt einfach aus. Ich gehe jetzt mal wieder. Dann kann ich mich überall hin. Ja, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt aus. Oh, das ist alles. Ich sehe auf einem Worte. Der wird ein bisschen inspeiches. Ich gehe jetzt zu einem Worte. Du kannst ab sofort, wenn du den aktuellen Weg nach unten nehmen möchtest, kannst du mit einer Plattform runterfahren. Was kann ich? Du kannst mit der Plattform jetzt im Moment auch ein Stück runterfahren. Ja, aber nur ein Stück. Wenn wir weiter bauen wollen. Bis man nur warten bis hier oben ist, dann können wir drauf, dann können wir runterfahren und weiter bauen. Das ist besser als jedes Mal wegen Monstern und so weiter stehen zu bleiben und dann in den Tor zu stürzen. Ich wäre dafür, dass wir jetzt langsam mal ein Folgenende machen, also ein Aufnahmeende. Aha. Ich weiß nicht, ob du dein Ende im Wald machen möchtest. Soviel dazu. Ich wollte da gehen. Das ist jetzt ein kleines Problem zur Zeit. Ich hole mir noch Sachen von mir ein. Ach, ist ja cool. Wir können uns hier die Bücherregale aufmachen, sehe ich gerade. Was könnte man diesen großen Bücherregaler? Mit dem Pixelprinter. Ah, stimmt genau. Mit Pixel muss man bezahlen. Ja, diesen 24 Items hält ein Bücherregal. Oder auch die kleinen gibt es noch. Ich weiß gar nicht, ob es die in der Deko gibt, die ganz großen. Vielleicht müssen wir mal die Wände für den freien Fallen wirklich glatt machen. Ebenerdlich, dass es keine Stufen gibt. Wieso? Das ist doch der Kick. Voller Kick. Voller Kick. Ich bin runtergeflogen. Ich bin runtergeflogen. So. Ich setze mich zum Abschied in die Bücherregale. Alles, was ich da habe. Ha. Wo sind denn die Bücher hin? Wo du sie hingetan hast. Ich habe die auf den Tisch gelegt. Das ist komisch. Ah, jetzt brauche ich wieder Glas. So, jetzt sind sie wieder auf den Tisch. So, jetzt sind sie wieder auf den Tisch. Ah, ich glaube, ich war es, wo die weg waren. An dem Weg sind, ne? Ja. Brich bitte in den ganzen Sätzen. Ja, hast du die Bücher vielleicht weggetan, weil die im Weg waren? Nein, ich habe nichts gehabt gehabt. Okay. Na gut. Sonst hätte ich ja gesagt. Dann sind sie einfach weg. Okay. Dann würde ich mal sagen, war es das jetzt, ne? Ja. Für die Aufnahmesterchen. Wir sind ein ordentliches Stück im Haus weitergekommen. Hm. Jetzt kann man es eher mal voraus bezeichnen. Ja. Wir haben mehr Küche. Wir haben den Ankunftsraum für die Bahn. Wir haben oben mehr Platz. Wir haben eine Bibliothek. eine Schmiede, die Apotheke und die unterirdischen Felder. Und da läuft ein Omnitron durch das Haus. Und jetzt ist er weg. ein Willis Omnitron. Gut. Dann würde ich sagen, geht es in der nächsten Aufnahmesession? Oder nach der nächsten Cut? Oder in der nächsten Folge? Oder nie wieder weiter? Bist du dabei? Mal sehen. Kommt noch an. Die Zahlung muss noch. Ich warte mal auf die letzte Zahlung. Okay. Dann klären wir das eine andere Mal. Okay, dann. Das steht mir in der nächsten Folge. Also, dann nehme ich es noch an. Du sagst es jetzt schon verabschiedet. Ja, dann musst du ein bisschen Ende reden. Zum Schluss reden. Die Bahn muss noch gemacht werden. Und das Rest vom Haus. Okay. Das war's. Nein. Nein. F*** Leute. Jetzt war's das. Tschööö. Ich wäre bereit. Wie sieht es mit dir aus? Warte, warte, warte. Du willst jetzt... Da hab ich noch ein paar Bedenken. Moment. Ich bin Batman. Ah, zu weit weg. Ah. Erzählt voll. Erzählt voll. Erzählt voll. Warum kam der nicht raus? Hey, tu was. Bist du überhaupt da drinnen? Der ist da drinnen. Hey, tu was. Ich brauche ein besseres Monster. Wo kriege ich diese Pokébälle her? Ja. Ähm, wie kannst du... Hier, glaub ich, erstellen. Ja, du kannst erstellen. Folge mir! Also, hallo von meiner Satz. Weil, denn Batman. Nein, das ist nicht so licht. Die kann ich erstellen. So. Hier, bei unserem Pet Master 3000. Nee, 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 nicht da. Sondern, äh, wo ist die Pet Stechen? Wo haben wir die Pet Stechen getan? Ich weiß es nicht. Haben wir die? Ja, ja. Ja, ich hab ne Pet Stechen. Hä? Ich bin Diamanten und du hast die. Ach, das ist die. Ja. Einen Diamanten und du hast die. Nein. Okay, doch, doch. Warte, 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 warte. Ich will was grad machen. Warte, bleib. Noch nicht reingehen. Bleib, bleib. Ach, Mann. Ich wollte was Lustiges machen. Warte, ich steh schon die ganze Zeit hier, wo du gesagt hast, nein, 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 nein. Du bleibst hier, du gehst, holst dir keinen Diamanten. Du bleibst hier. Ah. Ah, ich bin so ausgestattet. Stimmt ja, ich hab das voll vergessen. Ähm, aufmerksamen Zuschauern müssten jetzt bemerkt haben, dass wir neue Waffen haben. Also, wir waren, äh, haben jetzt zwischen den Aufnahmen mal kurz, äh, äh, uns, also ein bisschen gespielt und ein bisschen was gelootet, beziehungsweise, vor allem Rohstoff für uns, äh, gesammelt. Und, darunter waren halt auch schöne, tolle Waffen, wie zum Beispiel ein Zauberstab. Nein, ich bin hier raus. Eine Waffe. Nein, nein, nein. Boah, ist das scheiße. Ich komm hier echt nicht weg. Oh, komm, lass mich hier weg. Ah, danke. Äh, oh. Ja, hab ich gern gemacht. Das war leider nicht passiert, aber okay. Ähm, da gab's auf jeden Fall, ähm, echt kritische Situationen, wo ich mehrmals gestorben bin. Da hatte mein Loot eigentlich schon verloren, glaubt. Stimmt, Christus mehrmals gestorben? Ha, ich erinnere mich. Schade, dass das nicht aufgenommen habe. Ich glaub, du bist jetzt auch gestorben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin noch nie gestorben. Apropos Scherben. Ich brauch eine Hose. Wo wir grad dieses Thema haben. Ich habe nämlich seit etlichen Folgen... Warte mal. Keine Rüstungshose. Doch. Ach so, ah, ich hab eine, aber die macht nix. Ja. Das ist auch noch legendär. Das ist legendär, das macht nix. Ja, boah, voll legendär. Du, so legendär, dass es immer noch wartet. Ich brauche Rüstung. Richtiger Rüstung. Ähm, jedenfalls, ich bin unten in der Lava gestorben. Ach, scheiße, schnell noch runter. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Ich hatte so eine ewig lange Höhen. Ich dachte so, das war's. Da komm ich jetzt nie wieder dran, ne? Und... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020